Ich benutze die, um mir Notebook Wings zu holen, damit ich an meinem Laptop, ist der das? Das ist der, ne? Guck mal, das sieht aus wie der Sabre, toll. Das sieht aus wie der Sabre, nur dass er eine andere Schnauze hat. Denfalls rechnen die jetzt auch nicht mehr. Aber ich stehe ja auch im Maske-Car, ne? Mal sehen, wie der aussieht, wenn der gecunt wird. Auf Twitch könnt ihr übrigens nur schreiben, wenn ihr Sub seid. Also entweder Suppen oder ein Sub geschenkt bekommen oder selber kaufen. Ihr könnt natürlich auch Amazon Prime mit Twitch verbinden. Dann könnt ihr vielleicht kostenlosen Sub an mich vergeben. Wie sieht das wohl aus? Das Chaos, ne? Dann hat er schon mal alles. Ja, Mann. Boah, der Controller vibriert voll, hört mal, nur wegen dem Motor. Hört man nicht, oder? Ne. Normalerweise vibriert ja dann immer der Dings, ne? Das, Alter. Wieso habe ich denn, wenn ich die Dings nicht schon high aus, äh, was sollt das denn bitte? Alter! Ist das neu? Junge, so ist es ja normal, ne? Für Playstation 4. Und jetzt gibt's... Leck mich, Alter. Wie will das denn noch hin? Ist ja mal krass. Ich muss mal gucken, Alter. Mein Geld geht zwar nicht weniger, aber ich müsste gleich, vielleicht mal wieder ein paar Dings verkaufen. Ein paar... Ein paar... So, hat er was von, ähm... Den von, 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 wie heißt das noch? Den beiden Polizisten da, die haben da so einen fetten Wagen. Wie heißen die noch? Wir machen den, Alter. Guck mal, warum, wenn ich dieses... Dings gemacht hab, warum hab ich denn nicht schon high aus Flügel drauf? Kauf mal für alles, was teuer ist, erst mal hier, oder? Guck mal, das... Wenn man den... Die high-o... Die high-o... Das high-o-upgrade kauft, Alter. Ey, Wissler, was geht? Schnappst du in Hatsch, genau. Wenn man die... Die high-o-pie, äh... Das high-o-pie-upgrade kauft, Alter. Dann sollte man eigentlich aber auch alles haben, oder? Aber das verändert sich ja gar nicht. Oder kauft man das, damit man das, äh, kaufen kann? Ob das nicht kauft, ist das nicht verfügbar, oder? Also man bezahlt das, damit man das dann bezahlen kann. Das ist ja fies, ne? Junge, der Wagen. Beschleunigung. Das ist so mein Volk. Die Felgen, Alter. Komm, Maske-Car. Welchen nehmen wir denn? Ich bin hier so pottenheftig, ne? Sehr gemein, aber ich nehm die mal. Super einfach, super easy. So sieht's aus. Ich nehm gerade alles auf, für, äh, meinen Hauptkanal. Dort hab ich heute schon hochgeladen, wie man das auch, äh, überträgt. Komm, wenn man das mal komplett hässlich, das Ding... Ist schon wieder hell draußen, oder immer noch dunkel? Boah, der Controller ist voll am vibrieren, Alter. Ja, du bezahlst, um bezahlen zu können. Alte Motto von GTA. Jetzt wird wenigstens mal wieder Tag hier. Boah, Junge, das Ding... Junge, jetzt bin ich reingefahren, ey. Das Ding ist ja mal richtig fett, fett. Der scheiß Motorblock, ey, der ist ja so fett. Na, falls ihr auf TikTok zuschaut, kommt rüber auf Twitch, Leute. Dann seht ihr auch die Quali. Denn das kommt nur über Twitch rüber. Ich bin gerade auf, äh, Einstellungen, Anzeigen bin ich auf RT-Leistungen. Und ich hab das, bin gerade auf der Playstation 5 quasi, mit der Playstation 5 Update am Start. Und das, die Quali, die kommt einfach über TV und Handy nicht rüber. Da müsste... Oh, der fährt aber auch wie so ein Biest, ey. Dann lass uns das Ding doch mal starten, kick starten hier, oder? Alter. Boah! Hahaha! Joa, Junge! Der frisst mit dem Arsch in der Asphalt auf, ey. Junge, wie fett das aussieht, ey. Wie sieht die Innenansicht aus? Junge, du siehst aber auch gar nichts mehr, wenn du da diesen riesen Motorblock da rausgucken hast. Da! Da war ja jetzt eine halbe Stunde nichts zu sehen. Wieso ist er nicht mal wieder runtergegangen? Ey, Pitchi! Guck mal, hier geht er runter, aber... Da, gerade eben, ist er ja gar nicht runtergegangen. Ich bin unterwegs, Gerald, was willst du? Ja, Junge, das ist mein neues Lieblings-Auto. Wasnetree, we close vorуем, was man da doch… Elo, was das genau ist? Energischen, bla depicted so! Ja, wir gehen da! Wir setzen? Wasst?